Du hast Interesse an Massage, an der ganzen Welt der Körpertherapie. Fragst dich, was ist denn eigentlich genau Osteopathie, Physiotherapie, wie genau funktioniert das mit dem Trägerpunkt und wie kann ich eigentlich eine Tapeanlage bei anderen anlegen. Falls dich das Ganze interessiert, findest du hier auf meinem Kanal eine ganze Menge Anleitungen aus meinen Seminaren, sozusagen Massagetutorials zu verschiedensten Themen. Mein Name ist Thorsten Feller, ich bin Heilpraktiker, Osteopath und Dozent für verschiedene Fortbildungsschulen in ganz Deutschland und falls ihr Interesse an meinem Kanal habt, dann seid so lieb und abonniert.